So war für Jeremy Fregrens Essensentzug bei Promi BB. Jeremy Fregrens, 33, kann endlich wieder normal essen. Der Parfümkenner hat das Promi Big Brother Haus nach 7 Tagen mit einem großen Knall verlassen. Seit Beginn hauste Jeremy in dem schlechtesten Bereich auf dem Dachboden und weigerte sich, richtige Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Stattdessen ernährte er sich lediglich von Wasser. In einem Promi Flash Interview verriet er jetzt, dass ihm das Fasten gar nicht so schwer gefallen sei. Ich war überrascht, wie simpel und einfach das letztendlich durchgezogen werden konnte. Erklärte Jeremy im Promi Flash Interview zu seinem kuriosen Essverhalten im Promi Haus. Seine verhaltene Nahrungsaufnahme sei einer der Gründe gewesen, wieso er die Villa vorzeitig verlassen habe. 7 Tage nichts essen und 7 Tage nur Wasser trinken sei eine coole Aktion gewesen in dem krassen Bereich auf dem Dachboden. Der Luxus in der Villa habe ihm schon gut gefallen, deswegen sei er stolz, dass er dennoch darauf verzichtet und seine Fastenwoche weiter durchgezogen habe. Auf die Nachfrage im Promi Flash Interview, ob er sich schon wieder gewogen habe, antwortete er, ich habe mich noch nicht gewogen. Sicherlich wiege ich jetzt einiges weniger. Sein Essverhalten habe sich jetzt verändert, da man nach so einer langen Zeit mit unzureichendem Essen aufpassen müsse, was man mache. Mehrere massage. Sein Essverhalten